Das Universitätsspital Basel ist eines der führenden Schweizer Spitäler mit internationalem Renommee. Doch was ist sein Erfolgsgeheimnis? Das werde ich heute herausfinden. Sämtliche medizinischen Disziplinen sind hier unter einem Dach versammelt. Interessant, hier wird die neueste Technik eingesetzt. Das Ärzteteam benutzt einen Greenlight Laser bei den Operationen, ein sogenanntes Lichtskalbell. So fließt kein Blut und der Patient ist schnell wieder fit. Bildgebende Verfahren dringen bis in den Mikrokosmos des Körpers vor. Damit können präzise Diagnosen gemacht werden. Doch sind es nur die Hightech-Maschinen, die den Erfolg ausmachen? Nein. Hier zählt menschliche Nähe und persönliche Zuwendung genauso viel. Hochqualifizierte Fachkräfte kümmern sich mit großem Engagement um ihre Patientinnen und Patienten. Musik Ergänzt wird dies alles durch die intensive Zusammenarbeit mit der international führenden Life Science Industrie, die hier gleich in Sichtweite liegt. Das überzeugt. Das Universitätsspital Basel. Mehr Wissen. Alles geben.